Wir müssen jetzt aber was wichtiges erledigen. Ok. Forderung, Steiner. Wir können ja nur nichts ballern. Direkt einfach ballern. Forderung, jawoll. Hallo. Ich komm mit den Arsch jetzt holen. Hm, ich hol mir jetzt den Arsch. Was weißt du? Denkst du, ich lass mich festnehmen? Hey, seid ihr alle ready? Wer sagt das? Hallo, seid ihr ready? Yes. Wo ist Ennis? Wir warten auf Ennis, Bruder. Ich bin da, ich fang da. Geht's los? Andere können das, aber ich darf das nicht. Ok, komm, wir fahren los. Ich hol mir den Arsch, egal wo du bist. Ich komme jetzt. Hallo? Ich komme jetzt zu deinem Barbershop. Ich stelle euch an die Wand. Ich schon. Doch. Doch, ich werde dich an die Wand stellen. Nein, sie haben... Sag, du musst jetzt sagen, was sie machen, Bruder. Die warten auf deine Antwort. Hm? Die warten auf deine Antwort. Was sollen wir machen? Äh, fahr zum Barbershop und holt die. Fahr zum Barbershop und ballert die weg. Hundert Prozent. Hundert Prozent. Du weißt, wo die sind? Spots, sag. Ja, zwei sind bei deren Anwesen und drei, vier Autos weggefahren. Ich gebe die gleich einen Call, wenn du schießt, ja. Jungs fahrt mehr dran, wir fahren die gleich. Geht doch links. Ja. Ein paar Autos, wenn ihr wollt. Okay, schieß, ballert die um. Kommt links, kommt links, wir brettern die. Ja, einer liegt von denen, ich habe einen. Kommt mit, wir fahren die rein. Wir steigen aus, wir steigen aus. Wir steigen aus, wir steigen aus. Kommt rüber, kommt rüber. Der Moloch, hier ist keine... Hä? Wenn du euch hier jetzt ab... Der Tendo hoch. Der Tendo. Ein Auto ist bei Growth Tankstelle. Ja, geht auf die Dächer, Jungs. Geht auf die Dächer. Geht auf die Dächer. Growth Tankstelle, Growth Tankstelle, ein Auto von denen. Komm, komm, komm. Lipp, lass uns. So. Der Araber, ja? Wo der Bär, NRK geht. Ah, okay. Ich habe keine Bär, ja. Nein, habe ich leider nicht. Was brauchst du? Ey, Juri, lippt noch. Ich bin noch mega mal auf den Caller. Jungs, hört auf den Caller, bitte. Mach mal jetzt kein Ding. Achte mal, achte mal auf den da hinten. Der darf sich nicht bewegen. Der darf sich nicht bewegen. Wo ist das Auto? Wo ist das Auto bei Growth? Growth Street, Richtung Stadion gefahren. Ich sehe das nicht mehr. Keine Ahnung. Ey, passt auf, nicht, dass der Bait hat. Das war so ein leuchtendes Auto. Ja, Jungs, geht auf die Dächer und guckt. Sind safe. Und wo ist der hier? Versteckt. Ich sehe den doch von hier nicht mehr. Oder Out of Ranges. In welche Richtung? Stadion. Warte, jetzt redet ihr. Juri, du hast Heli, geh hoch, Bruder. Wir sind in Stadion gestrungen. Ich sehe das Auto, Bruder. Der fällt wieder durchs Stadion. Wartet mal, wartet mal. Juri, geh hoch, du. Ja, ich hab ihn holt. Jungs, wir haben Heli. Sieht ihr Heli, kommt da irgendwas? Der geht nicht hoch, jetzt warte. Juri, ich hab den Call bekommen, die sind am Anwesen von uns. An der Schleife. Ich war doch gerade da, Bruder. Ich war gerade da, ja. Und da ist niemand? Da war kein Mensch, Alter. Ich kann auch mal fliegen, wenn du willst. Ja, ich geh nochmal ab. Warte, 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 warte. Ich hab zwei Autos bei den Kleidungsladen. Die fahren jetzt weg, die haben mich gesehen, die fliegen. Ja, jungs, steig in die Autos. Komm, wir steig in die Autos. Ich hab eben gedreißen, drei Autos, drei Autos. Wir fahren in die Autos wieder, Jungs. Ist jeder da? Komm, wir fahren los. Das sind irgendwelche CDs, Bruder, ja? Alles tierwischen. Wo ist das Auto? Schwarz. Ey, das. Guck mal, wir waren uns anwesend. Ja, ich geh dahin, warte. Ja, lasst du deren Barber wieder und dann gucken wir. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich bin ganz gegen Anwesen abgeflogen. Hier ist kein Mensch, Alter. Die sind halt, also diese Autos sind halt Richtung Stadion gefahren, ne? Die können halt am Flughafen sein, die können in Espucci sein, Bruder. Überall können die hingefahren sein. Ein Auto ist weg, vielleicht kommt man näher zusammen, Jungs. Wo, wo, wo? Wir sind unter der Brücke. Auf dem Parkplatz, Bruder. Schiff. Wer, der Mercedes, oder was? Ja, einmal ist dieser Mercedes und einmal unter der Brücke. Ey, steck mal aus. Steck mal aus. Steck mal aus. Bruder. Drei. Drei. Zwei. Eins. Baller weg. Zwei. Das ist leer, Bruder. Mach deine Maske runter. Was meinst du mal? Baller weg, Bruder. Sonst lange. Mach einfach deine Maske runter. Schau mal, da muss ich mich für den hier liegen. Ja, Bruder, das ist meine Haut an. Ja, scheiß auf den, das ist deine Haut. Scheiß auf den. Schau mal mit. Rechts runter. Hier. Was macht ihr, Jo? Nicht den. Robin, was machst du? Bruder, dreimal Maske runter. Wenn der Schöter bestimmt. Schau mal. Bruder, dreimal sag mal, mach die Maske runter. Bei der Schötter der Pesche. Ganz einfach. Komm. Wir müssen ausstecken, wir müssen ausstecken. Bruder, warum steigst du aus? Sind hier noch mehr? Ja, hier in der Ecke liegen unnummern viele Leute. Ey, 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 dieser R35, der war das? Da waren die. Die haben hundertprozentig irgendwo wegsteppt. Ja, da kommen hundertprozentig gleich wieder welche. Ey, da läuft einer am Strand. Am Strand läuft einer. Allein in Solom. Aber ich weiß nicht, der hat Hände oben, glaube ich, oder? Hier am Strand. Der hat Hände oben, der hat Hände oben. Ey, Auber, warum habt ihr mich abgeknallt, Mann? Oh, wenn jemand eine Knarre auf dich richtet, okay? Ja, ich hab doch gesagt, dass du meine Haut bist, Bro. Wenn Männer Frauen sein dürfen, nur Männer, warum darf ich nicht ein Pig sein, Bro? Ein Schwein, warum, hm? Ihr Motherfucker, ich fick euch. Ey, spiel nicht diese Karte, Mann. Spiel diese Karte nicht mit mir. Ihr könnt mich doch loslassen, nur einfach einen Malik rufen. Ihr habt mich jetzt abgeknäppt. Straf, Bro. Meine Schulter tut weh. Ihr müsst mich doch nicht mitnehmen. Oder bin ich irgendjemand Wichtiges? Huh? Oder der ist gerade ausgefahren. Nein, der ist irgendwo rechts abgewogen, Bruder. Ich hab's nicht mehr. Jules, dass du deine Maske absetzt. Es ist keine Maske, Bro. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein richtig krasses Schwein, Mann. Ja, das ist gut. Juri. Ich bin schon unterwegs. Okay, perfekt. Mann, ich bin niemand Besonderes. Ich hab keine Homies. Meine Homies sind alle in Chicago, Bro. Wo sind die denn? In den O-Block, oder was? Was? Nein, Bro. In Chicago, Bro. Da, in der Emsen Street. Da bin ich aufgewachsen. Ihr könnt mich einfach gehen lassen. Nein, nein, nein. Mein Name ist Shark. Shark, schaut das. Okay, Shark, hör mal zu. Hör mal zu. Ja, Bro. Wenn man sagt, dreimal zieh deine Maske aus, dann hast du irgendwas vor uns zu verstecken. Das ist keine Maske, Bro. Und du lebt ihr noch? Wen sucht ihr denn? Vielleicht kann ich euch helfen, Mann. Es kann nicht egal sein, wie wir sind. Und du lebt ihr noch? Ich kenn dich nicht. Ja, normal. Ja, was? Würde ich dich kennen, würde ich sagen, wenn ich suche. Aber ich kenn dich nicht. Okay. Dann fahrt mich einfach zu Medic. Der kommt schon hier hin. Mach dir keinen Problem. Easy, Bro. Easy, Bro. Hey, Shark. Ja, Bro. Seit wann hast du entschieden, ein Schwein zu sehen? Bro, vor 15 Jahren, Mann. Schweine haben einfaches Leben. Die haben nicht irgendwelche Familien, die nichts zu tun haben und irgendwelche anderen Leuten unterdrücken wollen. Ja, Jungs, komm mal her. Und deswegen hab ich gesagt, ich möchte ein Schwein sein. Pick, Mann. Sharkshot, das ist mein Name. Ass, Ass. Ass, Ass. Ass zu dem P. Weißt du? Damn. Der Ass was a poo? Du gefällst mir. Sag ich nicht, wie es ist. Ja, bist du ein Mediziner, Mann? Ja, bei 8.05 daneben. Ah, ja, ah, 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 ah. Warte mal, wohin die Karte. Ah, hallo. Dankeschön, Medic. Medic, ich brauche Ihre Behandlung. Meine Schulter tut weh. Meine Schulter tut weh, Medic. Ja. Medic, erzählen Sie mir irgendwas, bevor ich anfange zu schlafen. Für immer. Ich hab eine Frage, Medic. Haben Sie ein Eid geschworen? Alles gut. Natürlich hab ich ein Eid geschworen. Sie haben ein Eid geschworen. Bedeutet also quasi... Ah, Medic, mir tut alles weh hier. Medic, mir tut hier alles weh, behandeln Sie mich bitte. Lass doch seine Arbeit machen. Lass doch seine Arbeit machen. Mach dir keinen Stress. Medic, bitte. Machen Sie ihre Arbeit. Medic, wenn Sie ein Eid geschworen haben, dann sind Sie ja verpflichtet, mir zu helfen. Korrekt? Natürlich. Ich werde Ihnen noch gleich helfen. Okay, perfekt. Und wenn es zu Schmerzen ist, dann habe ich auch mit dem Zendil nicht. Korrekt? Ja, wenn Sie die Schmerzen nicht mehr aushalten. Ah, 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 ah. Ey, ja. Medic, wir werden die sofort bringen. Sehr gut. Nein, Medic. Sie müssen mich mitnehmen. Ich blute gerade. Ich blute an meinem ganzen Körper. Ich habe Schmerzen an meinem ganzen Körper. Schweinebacke. Ich habe Ihnen gerade eine Schmerztablette gegeben. Ich habe Schmerzen. Ich kann sie nicht nehmen, weil ich mich nicht bewegen kann. Ich kann mich nicht bewegen. Wollen Sie mir mal ganz kurz Ihren Ausweis geben? Ja, wir haben noch einen bekommen. Für das Tablette-Schmücken müssen Sie sich nicht bewegen. Ich habe Schmerzen. Die Tabelle habe ich genommen und ich spüre nichts. Ich nehme mal Ihren Maff... Ich nehme mal Ihren Ausweis. Ich habe Schmerzen an meinem ganzen Körper. Ich habe Schmerzen an meinem ganzen Körper. Mein ganzer Körper schmerzt. Curtis? Mein ganzer Körper schmerzt. Curtis? Ist das Curtis? Der ist links abgebogen. Yo, Curtis, was machst du hier? Dein Arm musst du zum Schwein gewonnen? Ich habe Schmerzen. Ich habe Schmerzen an meinem ganzen Körper. Er hat Fesseln an den anderen. Ich muss sie abziehen. Komm. Ihr klebt nur ein bisschen. Curtis, komm mal rein. Aha. Ach du Scheiße. Aha. Aha. Das kann doch nicht wahr sein. Mafia, bist du es? Er steht vor dir. Mafia, Mafia. Verschulden. Warum ist der Rapman jetzt vor? So, Mafia, wir haben jetzt einen Kriegsvertrag. Ja, mach einen fertig. Wir sollen einen fertig machen? Ja. Ich rappe hier, Dings. Warum habe ich... Ich jetzt... Okay. Lass sie mit dem direkt. Ich mache einen fertig. Und willst du hineingehen? Ja, wenn mir die Sachen passen, dann machen wir das. Ballast wird drin sein, ne? Passt auf. Du bist bereit dafür. Wir haben zwei Stück für die GT. Ja. Also... Ja, aber... Falls noch andere kommen jetzt wieder. Blickst du sehr gut. Aber... Ich will das wohl um die Auflösung machen. Kämpfding. Kämpfding. Wenn wir einen Kriegsvertrag nach meinen Vorstellungen machen, mit meinen Sachen, ja, wie dieses ohne Heli, diese ganz kleinen Sachen, die wir dann ändern, will ich das wohl um die Auflösung. Eine von den beiden Familien wird es nach diesem Krieg nicht mehr geben. Aber dann muss es nach meinen Vorstellungen verlaufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 望 прил fixing Bayern. Tschüss, hörs bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war mit demen Schubs sib Linksent premium vor SA Tre zum nächsten Mal. Sch fantasy ist Tax plan. Tschüss! Rs ráp. า Happig.